Herzlich Willkommen bei der Firma GOMM Fahrzeugbau in Kisleck im schönen Allgäu. Mein Name ist Dominik Schellhorn, ich bin der Geschäftsführer der Firma GOMM. Unser Unternehmen ist spezialisiert in zwei Bereichen. Einmal im Bereich PKW-Anhänger und einmal im Bereich Nutzfahrzeugtechnik. Im Bereich PKW-Anhänger sind wir Vertriebspartner der Firmen Unsinn & Humbauer. Wir sind hier Ansprechpartner vor Ort, kümmern uns um alle Kundenwünsche bezüglich Sonderanfertigung für diese Anhänger, setzen Unfallschäden in Stand, reparieren Radbremsen und führen TÜV- und Hauptuntersuchungen durch. In unserem Bereich Nutzfahrzeugtechnik sind wir spezialisiert auf Sonderaufbauten. Wir fertigen alles, was ein LKW nutzbar macht. Das heißt, wir beginnen von der Rohkarosse vom LKW-Hersteller und bauen hier gemäß Kundenwunsch auf. Unser Know-how reicht hier von Getränkeklappwandaufbauten, BDF-Wechselsystemen, klassischen Kofferaufbauten mit Ladebordwand, über Fahrzeugtransporteraufbauten bis hin zu normalen Pritschenaufbauten mit Plane. Die Realisierung dieser Aufbauten findet nahezu vollständig bei uns hier in Kisleck statt. Dank unserer qualifizierten Mitarbeiter, unseren Maschinen und Werkzeugen können wir die geforderte Qualität für die Sonderaufbauten erreichen.